Camping Bonne-Port Der Camp-Tourilex-Camping Bonne-Port liegt im sonnigen Long Dock, nicht weit entfernt vom charmanten Dorf Lünel und einem tollen Strand. Sie bewohnen das komfortable Mobilheim für bis zu sechs Personen, mit drei Schlafzimmern, Terrasse und Vordach. Alle Mobilheime wurden auf großen, schönen Stellplätzen aufgestellt. Auf dem Campingplatz gibt es ein tolles Schwimmbad mit Sonnenliegen, ein separates Kinderbecken und eine Rutsche. Für die Kinder gibt es viel zu entdecken. Es gibt einen Miniclub, einen Spielplatz, ein Basketballfeld, zu viel, um alles zu erwähnen. Im Minimarkt können Sie Ihre täglichen Einkäufe erledigen. Gönnen Sie sich einen Snack im Restaurant, während Ihre Kinder in der Mini-Disco und bei der Animation viel Spaß haben werden. Auf dem Campingplatz Bonne-Port hat die ganze Familie einen wunderschönen Urlaub. down 1 2 3 3 f dezent. Vielen Dank.